Ein neuer Raketenvergleich, ihr seht schon riesiges Sortiment, da habe ich am Start Funke Silberraketen gegen die Funke Sternraketen. Das ist ein richtig klassischer Raketenvergleich. So, jetzt Funke Sternraketen. So, und jetzt nochmal dreimal Funke Sternraketen zusammen, blaue Kappe, rote Kappe und silberne Kappe. So, und jetzt im Gegenzug fehlt natürlich noch die Silberraketen. So, jetzt Funke Silberraketen. Und gleich nochmal drei Stück Funke Silberraketen, alle zusammen. So, jetzt kommt die Silberraketen. 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 die werden immer besser so jetzt zum schluss alle vier raketen zusammen also für das geld preis leistungsverhältnis fand ich die jetzt am besten und